Hallo! Wer heute schon auf den Kalender geschaut hat, der weiß, wir haben 31. und das bedeutet natürlich, wir haben den evangelischen Reformationstag. Out Halloween! Und deshalb spielen wir heute Outlast. Woohoo! Schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke immer kennt es. Viel Spaß! Wie das hier steht. Und unsere Intention liegt darin, die gedunklen Geheimnisse im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Okay, los geht's! Sind wir schon in Bayern? Okay, da sind wir also angekommen. In der Ehrenanstalt, in der Verlassenen Ehrenanstalt. So eine Ehrenanstalt ist schon ein Stück weit gruselig. Die Verlassene ist mein größter Albtraum. Ah, sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Okay, okay, das sind schon mal gute Unterlagen, auf dessen Basis man entspannt in diese Ehrenanstalt eintreten kann. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren fasern etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Mirka auf Sheffield-Gate. Das muss aufgedeckt werden. Und dafür sind wir natürlich da, ein angstloser Journalist. Natürlich. Da sind wir mit unserer wunderschönen Kamera. Äh, ich finde schon dieser Nachtmodus sieht gruseliger aus als das Dunkle an sich schon. Ein Stück weit. Ich kann jetzt keine dunkle Atmosphäre hier herbeibringen, wegen den Softboxen. Aber wichtig ist, ich sehe das alles hier sehr viel dunkler als ihr. Es sei denn, ihr habt auch ein IPS-Panel. Es ist einfach nur... Okay, okay, okay. Nun ja. Dann, ups, hier ist eine Schranke. Unser erstes Hindernis. Also, ich kann so schnell Lauf machen. Aha, was für ein Ereignis denn? Ähm, mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt. Die Nervenheilanstalt, Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Merkow Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt, eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Merkow Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischer Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen. Es muss größer sein. Vielleicht endlich die Story, die in das Genick bricht. Das hoffe ich auch. Ja. Okay. Ich habe Schiss. Nein, habe ich nicht. Ey, wie ich so schön sage. Ich bin nicht ängstlich. Ich bin nur ein bisschen schräger. Was sind das für Fahrzeuge? Siehen ein bisschen militärischer aus. Es ist egal. Rene, du spielst ein Horrorspiel. Wen juckten die Fahrzeuge? Warum erzählst du uns was darüber? Das erinnert mich so ein bisschen. Ich weiß, dass jetzt auch wieder kein... Das ist mir aber geil. Es erinnert mich ein bisschen an... Super Mario 64, das Schloss. Offenbar können wir die Haupttür nicht nutzen. Wie unerwartet. Da müssen wir wohl irgendwie anders hinein gelangen. Was ist das? Ein Strahler. Wozu ist eine Strahler hier? Ah! Okay. Wie wunderschön. Da habe ich natürlich voll Bock drauf. Und dann... Boah, ich habe mich ein bisschen von dem... Blatt hier gerade erschreckt. Ich sage doch schreckhaft. Ups, nein. Was soll diese Musik? Wenn man das Musik nennen kann. Aha. Kann ich hier hoch? Okay. Ich will mich nicht umdrehen. Jetzt müssen wir so gebalancieren. Das ist ja... Jump-Run-Elemente hier. Das ist ja der nackte Wahnsinn. Ich höre bereits ein... Komisches... Ich höre Menschengeräusche. Ah! Aha. Guck, guck. Lichter. Kein guter Einstieg, Mann. Absolut kein guter Einstieg, Mann. Komm, ich kriege einfach durch den Kamin direkt wieder hinaus. So machen wir es. Oh, stell dich vor, hier wäre so ein versteckter Jumpscare oder so. Scheiße. Das wäre ja echt schrecklich. Da ist bereits eine Tür. Die ich nicht aufmachen möchte. Das kannst du langsam machen, ja? Jawohl. Hast du gut gemacht, René. Okay. Hallo? Ist hier jemand? Warum? Also, ich habe schon so ein bisschen Adrenalin. Weil ich nicht mal was gesehen habe. Das macht mich fertig, das Spiel. Das ist aber nicht schon so fertig. Was ist das? Ist hier der Papst? Ist auch eine Kinderfickeranstalt. Oh! Wir müssen ihn ja nicht gleich so übertreiben. Das war nur ein scheiß Fernsehen. Und ich drehe schon durch. Kann ich hier reinkriechen in den Kamin? Ist das überhaupt ein Kamin? Okay. Okay. Wir gehen durch die nächste Tür. Das ist so ein bisschen wie das komische Spiel mit den Spooky House of Jumpscares. Irgendwie so. Warum habe ich das nicht aber gespielt? Das wäre viel einfacher gewesen. Mhm. Ich kann nach rechts schauen. Okay. Das freut mich. Äh? Ihr reinlunst. Okay. 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 Hier ist ein Computer. Und hier ist eine Batterie. Das ist sehr beruhigend. Den nehme ich tatsächlich gerne an mich. Wir bewegen uns mal weiter. Was ist das hier? Teamwork. Was haben wir denn hier? Da bin ich ehrlich gesagt auch noch nicht rein. Irgendwas sagt mir, dass diese Tür hier bösartig ist. Irgendwas. Ich habe mich anders entschieden. Ich nehme doch besser die. Ja. Ich nehme besser die. Ich nehme die. Hallo? Ah. Okay. Ein weiteres Dokument. Boah, wie der Scrapped. Das ist richtig interessant. Okay. Therapiestatus. Patient behauptet in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4. Hormonen. Dieses Telefon macht mich ein bisschen fertig. So kleine Dinge. So kleine Details wie so ein Telefon, wenn tot ist. Das hat auch kein Kabel, ne? Da habe ich das Gefühl, dieses Telefon hatte nie ein Kabel. Das ist ja durchaus verblüffend. Und deshalb bin ich auch hier, um solche Dinge auch zu klären. Warum ist hier eine Blutspur? Warte mal. Oh, cool. Ich bin beeindruckt. Da! Was soll der Scheiß? Ah. Okay. Da ist offensichtlich immer drin. Ah. Dann würde ich doch vorschlagen, Picking. Was? Ich mache die Matsu. So schön unauffällig. Okay. Hier kann ich auch. Wunderschön. Freut mich. Zutiefst. Hier geht es anscheinend auch weiter. Aber... Sehen wir hier irgendwas? So bestimmt mehr René. Jawohl. Wir hatten ein gutes Timing beim in Schacht klettern, glaube ich. Ja, ja. Das war schon eine gute Idee. Batterien. Oh, hier kann ich anscheinend runter. Aha. Okay. Hup. Okay. Okay. Hallo? Hallo? Wenn ich das aufmachen, ich will es nicht. Gut. Hier können wir anscheinend auch nicht vorbei. Okay. Soll ich? Ich weiß nicht. Also, es ist mir eigentlich lieber, sie sofort aufzuschlagen. Einfach, weil es sich nicht so zieht, weil es weniger Spannung ist. Aber zum anderen ist es halt so laut. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss hat. Ah, nee, nee. Die, die. Ah! Die wollte ich aufknallen. Ich habe es anscheinend ein bisschen. Ah. Ja. Ist ja okay. Hier ist niemand. Okay. Was ging bei dem? Wo war der überhaupt? Was hat er getan? Ah. Nein, nein. Ich bruche Licht. Gib mir Licht. Genau. Ich mache keine Türen mehr langsam aus. Mir ist scheißegal, was passiert. Du dreckige Missit. Das ist nicht man... Was gibt denn seinen Kopf ab? Was hat er bei der Mitte? Oh man, das ist der Anfang des Spiels. Das macht mich auffällig. Der macht eh irgendwas. Der macht eh irgendwas. Du kannst mich nicht verarschen. Du machst irgendwas. Ich werde mich eher erschrecken. Das ist aussichtslos. Mach doch jetzt irgendwas! Mann! Er wird... anscheinend nicht. Ich will echt nicht an ihm vorbei. Ich drehe mich einfach nicht zu ihm. Hat nichts gemacht. Hallo? Das sieht episch aus. Lass mal Licht ausmachen. Was sind das? Köpfe? Dude. Da tropft es sogar. Also so lange ist es nicht her. Hier hängt noch einer. Uh. Also ich hätte eigentlich auch Lust, mit euch zu hängen. Besser als hier noch weiter zu verreilen. Schönen guten Tag. Was geht? Ah! Wie kann ich dir helfen, Bruder? Ah ne, ich glaube für dich ist zu spät. Ich habe einen Plan, warum du noch irgendwas vor Gott. Okay. Die Varianten also. Das klingt nach einer wunderschönen deutschen Übersetzung. Du, äh. Ehrlich gesagt. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Ich gehe kurz auf Toilette. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. Ich bin wieder da. Ich finde, ich weiß nicht. Ich fand es recht und echt erholsam eben. Ich mache die jetzt aber aus. Scheiße, ja. So. Ah, ich mache es wieder zu. Ich mache es wieder zu. Ich mache es wieder zu. Ganz unauffällig. Das ist so verschickt auffällig. Gott. So, ich öffne die Tür. Ich sehe jemanden, knallt sie einfach direkt wieder zu. Mit voller Kraft. Okay. Jetzt weiß ich aber nicht, was ich machen soll. Glauben den anderen aus. Hier gibt es soweit nicht. Deshalb. Warte mal. Ich kann ihn nach innen aufmachen, ne? Warte mal. Wo ist denn die Tür jetzt überhaupt? Da. Ich kann ihn nach innen aufmachen. Hallo? Er ist weg. Er ist nicht mehr da. Ah, hier ist die andere Seite. Hallo? Sehe ich irgendwas? Hallo? Dieses Atmen von ihm. Das geht mir mittlerweile schon voll auf den Sack. Diese Tür werde ich auf keinen Fall öffnen. Ist mir egal, ob das geht oder nicht. Das ist ja... Ne, ne, lass mal. Da ist nix. Hier müssen wir durch. Was ist das für eine Miesin, die du setzt? Was sah aus wie ein fetter Fleisch, glaubst du? Okay. Bin ich tot? Noch nicht. Ich bin der Postbote. Ich, äh... Ich wollte ihnen die Post bringen. Ich... Ich sehe... Sie haben die... Sie haben die Miete nicht bezahlt. Das ist die Abmahnung. Dann lassen wir mich in Ruhe. Ich muss meinen Job weiter austätigen. Da sind wir wieder bei der Deutschen Post. Erinnert man sich noch an das alte Hall? Let's Play. Könnte auch sein, dass wir bei der Deutschen Post sind. Das ist immer noch rätselhaft. Ähm... Na gut, so wie die Pakete ankommen, könnte das durchaus von hier aus kommen. Na... 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 Okay. Der Typ hat uns jetzt was erzählt. Ich hab nicht alles, äh... Nicht allem ganz zugehört. Ich bin drin. Überall Leichen. Blut. Verbrennungen. Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Merkhov-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Amtsschildern steht... Merkhov Advanced Research Systems. Merkhov hat seit langem aus angeblich an... Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Ameliade. Wie wollte Merkhov Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Er erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden. Und stirbt dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, wenn ich reingekommen bin. Da wäre ich auch schon länger abgehauen. Es geht nur noch darum, hier abzuhauen. Und das wollen wir anscheinend über das Sicherheitsterminal machen. Wir sind... Boah. Ekelhaft. Wahrlich widerlich. Das ist... Was ist das? Was war denn das? Okay. Hi Bruder, was geht? Bist du böse? Das springt mich jetzt eher an oder so ein Scheiß. Hallo? Eigentlich bin ich viel zu nah an ihm. Ne, ich glaube der ist brav. Das ist glaube ich ein Fehler sowas zu sagen. Interessant, dass hier noch Strom läuft. Wahrlich interessant. Oh, Dokumente. Nice. Schauen wir uns nochmal an. Vollziehungsbefehl. Fall Nummer 294758104. Dieses Sounds. Ohne Witz. Ein Horrorgame ohne Sounds ist es... Easy. Aber mit. Ist äh... Katastrophal. Gibt es, wenn man ein Horrorspiel ungern spielt, gibt es dann noch Sehenswertes? Das ist die Frage. Aha. Hier kann man rein. Interessant. Und da kann man entlang. Scheint. Hier gibt es viele Wege. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Na, da ist ein Rollstuhl. Ein Aufzug anscheinend. Eine Treppe. Und noch ein Gang. Aber wir haben die PCs zuerst entdeckt. Demnach würde ich mal sagen, wir schauen uns die auch zuerst an. Hallo. Was geht? Vielleicht kann ich hier noch Dokumente finden. Und ich muss sagen, in diesem Horrorgame macht es mir tatsächlich sehr Spaß, die Dokumente und sowas zu lesen. Interessiert mich. Das ist gut gemacht. Nun. Wir sind jetzt hier bei den PCs. Ähm... Es ist noch nicht viel eingetreten. Aber ich könnte auch wetten, dass hier was Böses passiert. Aber Leute. Bösartig wie ich bin. Seht ihr das erst in einer Stunde? Schlimm und zugleich vielleicht unerwartet gut. Heute ist Halloween. Heute kommen richtig viele Parts dieses Let's Plays. Das heißt, in der nächsten Stunde. Also ab 13 Uhr wird die zweite Folge dieses Let's Plays released. Und so geht das alle jede Stunde weiter. In dem Sinne. Tschüss.